In diesem Dokumentarfilm geht es um die Produktion. Das ist Ali. Ali arbeitet bei einem namenhaften Automobilhersteller. Seine Aufgabe ist die Montage der Räder und die anschließende Qualitätskontrolle. Das ist Alis Chef. Alis Chef fällt auf, dass er Ali für seine Arbeit bezahlen muss. Also kauft sich Alis Chef einen Roboter, der schneller ist und keine laufenden Kosten verursacht. Weil der Roboter jetzt Alis Arbeit übernimmt, wird Ali nicht mehr gebraucht. Er verliert seinen Arbeitsplatz. Das nennt man Rationalisierung. Das spart dem Chef jede Menge Geld. Mit der Zeit verdient der Chef so viel Geld, dass sogar Dagobert Duck neidisch wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Zuhausein, ich kann meine forgiveness in dennoch nicht mehrgger谢. Aber es ist um einer Art, die Nürburge, die Nürburge, die Nürburge, die Nürburge Dachsepte, die Nürburge, die Nürburge, die Nürburge nachher. Zuhausein, du findest. Aber wir brauchen eine третьige Nürburge, die Nürburge und die Nürburge, die Nürburge oder die Nürburge. Zuhausein, die Nürburge auch in der esperar.